Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Coding Challenge. Heute mit einer neuen Reverse Coding Challenge, die Reverse 3 Challenge. Also, das heißt, wir haben schon 1 und 2 gehabt, na jetzt ist 3 dran. Okay, eine Reverse Challenge für die, die sie noch nicht kennen, ist eine Challenge, wo wir im Endeffekt gar nichts gegeben haben. Wir wissen nicht, was wir eigentlich genau implementieren sollen. Wir wissen nur, wie einige Inputs und einige Outputs aussehen. Das heißt, wir haben hier 3 Beispiele und wir bekommen dann im Endeffekt hier das ganze Feedback, also im Endeffekt Input, Output oder Expected Output und müssen anhand von dem das Ganze reproduzieren. Und ja, es ist jetzt quasi an uns rauszufinden, was wir tun sollen. Bevor wir jetzt allerdings da hingehen, möchte ich noch ganz kurz auf die Job.io aufmerksam machen, die am 12. Mai stattfinden wird, also nächste Woche. Und zwar von 14 bis 18 Uhr, also nächsten Donnerstag, muss man dazu sagen, von 14 bis 18 Uhr. Und ich darf auch wieder, wie die ganzen 7 Male davor, darf ich auch einer der Speaker sein. Und das freut mich natürlich wahnsinnig. Wir werden dort in meinem Vortrag ein kleines bisschen über die Coding Challenges an sich reden. Und wir werden natürlich auch eine machen. Das heißt, wir machen erstmal gemeinsam eine Coding Challenge und dann sprechen wir darüber, warum das eigentlich so eine tolle Übung ist für Vorstellungsgespräche. Warum das überhaupt bei Vorstellungsgesprächen gemacht wird. Das heißt, warum manche Unternehmen dann Coding Challenges veranstalten sozusagen. Und was da eigentlich für einen Sinn dahinter steht. Ich glaube, das ist eine Fragestellung, die habe ich hier noch nicht so ausführlich geklärt. Deswegen, ich freue mich natürlich auf euch. Und da das Ganze live ist, könnt ihr a, die Coding Challenge direkt mitmachen und b, mir natürlich auch Fragen zu dem Ganzen stellen. Und da freue ich mich am meisten drauf. Das Ganze ist natürlich nicht nur mit mir als Speaker, sondern mit insgesamt 16 Livestreams und Deep Dives und insgesamt über 20, also aktuell über, also insgesamt 23 Unternehmen, die einen Haufen, Haufen IT-Jobs für euch haben, wenn ihr dort arbeiten wollt natürlich. Und ihr habt die Chance, die dort alle mal kennenzulernen. Genau, und ja, ich darf mich sehr, sehr freuen, dass hier tatsächlich meine Coding Challenge auch unter den Special Sessions gelistet ist, was mich sehr, sehr freut. Cool, also, alles klar, das war es eigentlich schon wieder mit der kurzen Einführung. Jetzt lasst uns doch tatsächlich mal eine zur Übung machen. Dann wisst ihr nächstes Mal auch, was ihr fragen könnt. Warum ist eigentlich sowas in einem Bewerbungsgespräch irgendwie relevant? Gut, also, wir haben hier unten mehrere Inputs. Also, normalerweise wissen wir ja aus den vergangenen Challenges, das ist normalerweise die Anzahl an Testfällen, die wir bekommen. Also, die 3 ist eigentlich fast immer das. So, und jetzt haben wir hier die 3, dann 8, 3 und 2. Wir haben die 4, 6, 3, 2 und 7. Wir haben 5. Und so spontan sieht es für mich aus, als würde das hier mir die Anzahl an Zahlen geben, tatsächlich, die ich hier bekomme. Also, ich kriege 3 Zahlen, ich kriege 4 Zahlen, ich kriege 5 Zahlen. Lasst uns das mal bei den anderen verifizieren. Ich kriege hier 5 Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5. Ich kriege hier 10 Zahlen, 2, 4, 6, 8, 10. Ja, das sieht ziemlich akkurat aus. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, also, die Zahlen zwischendrin, also, diese einzelnen Zahlen sind quasi Zahlen, die mir angeben, wie viele Zahlen jetzt gleich kommen. Okay, das heißt, die haben wir schon mal verarbeitet und das sind die Testfälle. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Testfälle. Cool. Und jetzt müssen wir irgendwie auf diese 3 Ergebnisse kommen. 8, 3 und 2. Wie kriege ich da draus 7? 8, 3 und 2. Also, nur zum das Ganze klarstellen, ich habe die Challenge nicht selbst implementiert, ich habe einen Entwickler, der die für mich schreibt und wenn ihr Bock habt, auch solche Challenges zu entwickeln für uns, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun und uns Bescheid sagen. Aber ich mache die Challenges nicht selber, sonst ist das hier in den Videos ja ein bisschen witzlos, weil dann weiß ich schon, um was es geht, ne? Deswegen mache ich das hier auch gerade live mit euch. 8, 3 und 2. 8 mal 3 durch, ne, das wird nicht 7 sein. 8 plus 3 ist 11. Plus 2 ist, ne, ne. Oh. 8 minus 3 wäre 5. Oder wäre es mit Modulo besser? 8 mal 3, was ist 8 mal 3? Äh, 24. Modulo 2. Ne, das geht ja nicht. Das wäre dann entweder 0 oder 1. Also Modulo können wir eigentlich ausschließen, das wird hier nicht vorkommen, außer wir haben Modulo 8. 3 mal 2 sind, ne, macht keinen Sinn. Minus, ja, minus 2 geht sowieso nicht bei Modulo, okay. Also, ähm, 8 minus 3 wäre 5, plus 2 wäre 7. Das wäre das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, lass das mal nachgucken. 6, ja, das machen wir bei 4 zahlen dann. Ähm, 6 minus 3 wäre 3, ähm, plus 2 wäre 5. Und jetzt? Ah, minus 7 wäre minus 2. Das würde hinkommen. Also, minus und minus und die anderen plus. 4 minus 9 wäre, ähm, wäre minus 5, minus 3, minus 4, plus 6 ist 2. Das würde hinkommen. Ich weiß nicht, ob es das schon ist. Also, ähm, mein Entwickler meint auch dazu, es ist einfach. Ähm, das heißt, es könnte tatsächlich eigentlich schon das sein. Also, mal gucken. Ähm, 10 minus... 4 wären 6, plus 8 wären... Hä? Äh, 6 plus 8 wären 14. Äh... Hm, okay. Ähm, nee. Moment. 10 plus 4 plus 8 sind... Das sind 22. Warum muss ich jetzt hier plötzlich alles auf Plus rechnen? Äh, ich bin verwirrt. Ähm, 6 minus 4... Nee, plus 4 eigentlich sogar, wären 10. Plus 1 wären 11. Plus, äh, minus 0 wäre... Hä? Okay, das, das... Hier stimmt es irgendwie überhaupt nicht mehr. Aber hier stimmt es wunderbar. Was haben die Zahlen, was die anderen nicht haben? Ähm... 6 minus 7... 6 minus 7... Ne, plus 7. Sorry. 13. Ähm... Minus 7 wäre wieder 6. Hä? Minus... Minus 6 wäre... Plus 6, also 12. Minus 7 wäre auch bei 14 raus. Ähm... Okay, warte mal. Also, ich komme hier auf... Warte mal. 10 ist... Das sind alles... Gerade Zahlen. Hier sind das... Das ist eine... Gerade Zahl. Das ist eine gerade Zahl. Das sind... Alter, ist das gemein. Alter, sind die Beispiele gemeingewählt. Okay, warte mal. Also, 8 plus 2 sind 10. Minus 3... Sind... 7. 6 plus 2 sind 8. Minus 10, weil die beiden hier sind ungerade. Also, minus 3 und minus 7. 8 minus 10 ist minus 2. Das würde hinkommen. Ähm... Das heißt, die Geraden muss man addieren. Die Ungeraden... Muss man subtrahieren. Ähm... Geraden addieren. Werden wir hier bei 22. Geraden addieren. Werden wir hier bei 2. Ungerade subtrahieren. Werden wir bei 1. Das ist richtig. Äh... Gerade addieren. Das wäre 0. Ungerade subtrahieren. Also, minus 7 minus... Minus... Minus 7. Ähm... Wäre... Zweimal plus 7. Also, wäre das 14. Das würde auch hinkommen. Ähm... Jetzt einen Moment. Das muss ich subtrahieren. Das heißt, wir wären bei... Jeweils negativ. Also, plus 10. Ähm... Äh... Ähm... 19. Ja, das sind 38. Weil ich die negativen immer... Okay. Also. Ähm... Okay. Dann probieren wir das doch mal. Also, ich bin zu faul, das letzte Beispiel auch noch durchzurechnen. Wobei, sollte ich eigentlich machen, ne? Nicht, dass hier auch noch irgendwas Doofes kommt. Ähm... Null. Minus 2. Wir haben minus 2. Ähm... 10. 29. 27. Doch, das passt. Okay, cool. Also, probieren wir das mal. Vor, ähm... Bodenstrich. In range von int von input. Den Teil kennen wir ja schon. Der ist ja eigentlich immer gleich. Ne? Das ist im Endeffekt hier... Hey... Für jeden einzelnen, äh... Input, mach was. Okay. Dann. Ähm... Traurig, das da? Die brauche ich doch gar nicht. Die kann ich doch einfach ignorieren. Ne, einfach input hier. Die brauche ich nicht. So. Und dann, ähm... Ähm... Nams ist gleich... Input Punkt Split. Und zwar am Leerzeichen. Und dann machen wir hier jeweils noch ein Map drauf. Mit einem int. Also, wir wandeln sozusagen jede Zahl, die wir hier durch das Splitten bekommen, in ein Integer um. Mit der Map Funktion. Dann haben wir hier eine Liste an Zahlen. Ähm... Das sollte kein Problem sein. Jetzt können wir hier durchgehen. Vor, ähm... Vor n in nums. Ops. Ähm... Vor n in nums machen wir was? Ähm... Ach so, ich brauche noch ein res. Res ist gleich 0. Res... Ähm... Ne, warte. If n modulo 2 gleich gleich 0. Res plus gleich n. Als res minus gleich n. Soll das sein, oder? Soll das sein, oder? Print... Res. Gucken wir mal. Das scheint es tatsächlich zu sein. So. Ähm... Da das Implementieren ja jetzt hier wirklich ein Zuckerschlecken war, lasst uns hier mal ein kleines bisschen... Ein kleines bisschen krasser werden. Lasst uns den Teil hier mal in eine Zeile schreiben. Das ist was, was ich jetzt mit euch machen möchte. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Und an der Stelle, ähm... Wer keinen Bock mehr hat, okay. Aber ich fände das cool, mal sowas auch zu machen. Weil das, das sieht man auch sehr, sehr häufig, dass man Sachen in sehr, sehr kurzem Code schreiben kann. Aber irgendwie lernt man das nie so richtig. Ich denke mir jetzt gerade, das könnten wir noch machen. Weil das Programmieren an sich war jetzt wirklich nicht so fies. Es war mehr dieses Rätsel, was man, was man irgendwie lösen musste, was die Zahlen angeht. Ähm... Also, wir können hier Res schreiben als eine Summe. Eine Summe aus den ganzen Dingern. Also eine Summe. Und zwar, was für eine Summe ist denn Res? Die Summe aus einer Liste. Jetzt können wir hier Res als Liste vielleicht schreiben. Ähm... Wir haben ja hier Nums. Und wir können auf Nums... Ähm... Also, wir machen erstmal vor N in Nums. So. Das machen wir auf jeden Fall. Und... Äh... Das muss eine Liste werden. Hier rein nehme ich mein N. Aber es ist ja manchmal positiv, manchmal negativ. Mal 1, minus 1. Und zwar... Wann ist es denn positiv? Ähm... Ich kann ja hier drauf einen Index direkt anwenden. Nämlich, wenn N modulo 2 gleich gleich 0 ist. Das heißt, wenn N modulo 2 gleich gleich 0 ist, dann nehme ich das vordere. Dann wird es positiv. Und ansonsten nehme ich das hintere. Dann ist es ja... 1. Dann ist sogar das Ding 1. Perfekt. Dann kann ich hier also schreiben, von N modulo 2. So. Weil jetzt kann ich hier sagen, okay, wenn N gerade ist, ja, modulo 2 ist dann gleich 0. Also greife ich dann auf den ersten Index zu. Wenn N modulo 2 ungerade... Äh... Also wenn N ungerade ist, dann ist N modulo 2 minus... Äh... 1. Also greife ich auf den hinteren Teil der Liste zu. Also quasi das zweite Element, also auf 1. Das heißt, ich greife auf das ungerade zu. Und damit wird N eben positiv, beziehungsweise mal 1 gerechnet. Also es passiert gar nichts. Oder mal minus 1 gerechnet. Und dadurch baue ich mir eine Liste zusammen. Damit habe ich eigentlich das hier schon mal in einer Zeile geschrieben. Oh ja. Äh... Sollte auch keine Summe sein. Es sollte hier einfach Res bei rauskommen. Doch Summe von Res muss dabei sogar rauskommen. So. Genau. Das ist genau derselbe Code, wie den wir da vorgeschrieben haben. So. Und jetzt kann ich mir hier dieses Res ja auch umschreiben. Ähm... Ich kann ja hier einfach Res reinschreiben. Dann habe ich auch eigentlich nichts geändert. So. Ist genau dasselbe. Also einfach quasi Res ersetzt dadurch. Und jetzt kann ich ja Numms auch wieder umschreiben. Indem ich hier einfach diese Definition wegmache. Und Numms nur noch hier als das hier schreibe. Ich habe quasi einfach nur gecopy-pasted, ja. Und damit habe ich im Endeffekt alles in einer Zeile, was diese Berechnung angeht. Den Teil hier und den Teil, den lassen wir jetzt in mehreren Zeilen oder in zwei Zeilen. Aber die eigentliche Berechnung ist in einer einzigen Zeile. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Lasst uns das mal submiten. So. Ähm... Und damit haben wir 100 Punkte bekommen. Cool. Solved first try. Wunderbar. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. An der Stelle nochmal ganz kurzer Hinweis. Vergesst nicht die Job.io. Da gibt es eine etwas schwerere Coding Challenge, die ihr direkt mitmachen könnt. Und wo ihr natürlich auch Fragen stellen könnt. Und warum macht man sowas eigentlich in einem Unternehmen? Zum Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Was man ja immer häufiger auch sieht. Super. Äh, in dem Sinne. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch ein bisschen mit dem kleinen Exkurs hier mit... Naja, wie kann man das in einer Zeile schreiben? Macht das bitte nicht in produktiven Code her. Das liest sich absolut furchtbar. Äh, da ist es besser, wenn ihr das wirklich in mehreren Zeilen schreibt. Aber so ist es auch mal spannend zu sehen, wie sowas eigentlich in Python funktioniert. Weil man kann in Python viel optimieren, viel schön schreiben und viel gut leserlich schreiben. Das hier ist nicht mehr gut leserlich, aber die einzelnen Bestandteile, die sind durchaus gut leserlich. Äh, außer vielleicht der hier. Der ist ein bisschen... Muss man nachdenken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.